Ja, hallo, herzlich willkommen zum 26. German-Vlog. Kurzer Wetterbericht. Haben wir eigentlich April? Weil ich meine, in den letzten 24 Stunden hatte ich wunderschönen Sonnenschein, ich hatte extremen Schneefall, ich hatte Tauwetter, Schmelzwetter, wie auch immer, ich hatte trüben Himmel, ich hatte Regen, jetzt habe ich wieder Schneefall. Das alles innerhalb von 24 Stunden, sag mal, geht's noch? Das ist echt, ja, kurios, kurios, furios. Egal, äh, das Wetter kann mir jetzt erstmal geflissentlich am Arsch herbeigehen. Ich habe für euch vier bis fünf Themen auf Lager. Thema Nummer eins, kleiner Rückblick auf Book Run, BLR, dann Ausblick auf den Jahresabschluss-Talk, Ausblick auf LGQ 2018, eventuell Ausblick auf das Jahr 2018 insgesamt und dann noch ein kleines Thema, was ich jetzt nicht näher erläutern möchte. Ich hoffe übrigens, die Kamera wird jetzt nicht so sehr wackeln. Ich habe da jetzt etwas getan, gefixt, gemacht, gefaxt, wie auch immer. Kann sein, dass wenn ich ein bisschen zu sehr am Tisch rückele, ja, dann wackelt auch mein Monitor, wo die Kamera dann halt drauf ist und dementsprechend wackelt dann auch die Kamera, das Bild und, ja, ich versuche nicht allzu sehr am Tisch zu wackeln. Ich verspreche es. Okay, äh, Burghalla Run. Wenn ich ehrlich sein soll, das Fazit, was ich von dem Event ziehen kann, es ist gemischt. Einerseits hatten wir viele Runs, die auch interessant waren, die auch erstleitig kommentiert waren, aber andererseits haben wir auch intern bemerkt, okay, die Luft ist jetzt draußen. Es ist gut, dass dies jetzt der letzte Resteam von diesem Jahr war. Es ist gut, dass jetzt Weihnachten, Neujahr kommt, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, um uns halt zu regenerieren, um halt Kräfte zu sammeln, ehe dann jetzt demnächst Edge-U anfängt. Wir sind jetzt intern schon kräftig dabei, so ein bisschen uns winterfest zu machen. Es wird auch wahrscheinlich keine allzu große Besprechungen mehr geben. Also, wenn es dann hier geht, gibt es dieses Jahr überhaupt keine Besprechungen mehr, weil, meiner Meinung nach, es gibt jetzt nichts, was wir da noch besprechen könnten, was jetzt dieses Jahr noch unbedingt erledigt werden müsste, könnte, sollte. Das heißt also, dass die German Screw sich ein bisschen zurücklehnen kann, die Arme in den Kopf zu verschränken kann und vielleicht ein bisschen was auf unserem Kanal streamen kann, falls man Lust und Laune hat und ansonsten sich halt auf Edge-D-Q vorbereitet. Was meiner Meinung nach auch wirklich nottut. Wie gesagt, die Luft war jetzt intern ein wenig draußen. Es war einfach seit dem ZFM, ja, im Prinzip der letzte halbe Jahr, war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wir hätten auf das eine oder andere Event oder auf den einen oder anderen Grease-Team verzichten können sollen. Dann muss ich mir auch ein bisschen selber in die Nase fassen, weil ich war da meistens derjenige, der Hauptsache, ich folge lange, ja, wie wäre es, wenn wir jetzt das und das restreamen und, ja. Ich glaube, zum Beispiel, der BSG-18 Restream, der hätte nicht in Not getan. Ich glaube, da hätten wir gut drauf verzichten können. Aber okay, aus Fehlern wird man klug, heißt es ja so schön. Die Runds selber, mit den Kommentars selber, bin ich überwiegend zufrieden. Es gab ein paar Ausreißer nach unten. Das ist einfach so. Überwiegend beruhten diese Ausreißer nach unten einfach darauf, dass wir, wie gesagt, dass die Luft ein bisschen draußen war. Allerdings, es fing schon erst als ich an, das Event, also in Sachen Commentaries. Ich empfehle zum Beispiel Quake, wo Chuck-Chuck die ganze Zeit in einem Stück durchgeredet hat und am Ende meinte, okay, ich glühe, ich glühe, ich bin durch. Ich kann es gut nachvollziehen. Quake, Anypresent, ist ein verdammt schneller Run. Und Chuck-Chuck hat da wirklich versucht, jede Menge Informationen pro Sekunde rauszuhauen. Ist ihm auch gut gelungen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass das Commentary dann auch in den Augen der Speedrunning-Community von Quake auch die Wertschätzung erfährt, die ihm eigentlich, meiner Meinung nach, gebührt. Das klingt jetzt schon ein bisschen verquert. Wertschätzung, die ihm eigentlich gebührt. Lass mich anders formulieren. Ich hoffe, dass die Quake-Community, die Quake-Speedrunning-Community, vor allen Dingen die deutschsprachigen Vertreter, dass die mit dem Commentary auch zufrieden sind. Ich meine, klar, ein Runner selber hätte da vielleicht noch ein bisschen was anderes oder so gesagt, aber unter den entsprechenden Umständen. Es war Chuck-Chucks erstes Quake-Community. Und meiner Meinung nach hat er sich mit Bravour geschlagen. Also wirklich. Triple A, Goldsternchen, Sahne oben drauf. Nicht minder erst klassisch fand ich auch Rayman Legends. Ähm. Das wurde von Starcruncher und Quaker kommentiert. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da ging Haupt- und Nebencommentary ineinander über. Es war nie ganz klar, okay, wer ist jetzt Haupt- und wer ist Nebencommentary. Beide haben sich abgewechselt und beide haben wirklich ein wirklich exzellentes Commentary abgeliefert. Also wirklich. Mua! Ich hab's genossen. Ja, die Nacht war dann von ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen gekennzeichnet. Also, Transistor und Diddy Kong Racing sind jetzt nicht geheilatet worden. Aufgrund von in gewissen Umständen, wo einfach ein bisschen Pech drin war. Also ich hab auch sagen lassen, der Transistor-Run war auch ein bisschen schwierig zu kommentieren. Ja. Streets of Rage hab ich einen dicken Krebser geleistet. Ich hatte halt eine Fehlkommunikation mit New. Ich dachte, New würde das kommentieren. Oder kommentieren wollen. Äh. Was aber ein Fehler meinerseits, wie gesagt, war. Sodass am Ende dann halt Veni eingesprungen ist. Veni ist dann doch noch zu seinem Commentary gekommen. Hat auch einen guten Job gemacht. Und ja. Von mir hab ich dann auch einen entsprechenden Einlauf erhalten. Zurecht. die 12-Stunden-Challenge. Das war konfus. Ja, konfus trifft es am besten. Wir hatten von BLR ein Clean-Feed erhalten. Sprich, Bild des Spiels und Spiel-Sound. Wodurch halt die Ton der Kommentatoren, der Franzosen, nicht erhielten. Als dann zur 12-Stunden-Challenge ging, dachte ich halt ursprünglich, okay, die werden jetzt ein bisschen palaveren und werden dann halt überblenden, wie halt Momon anfängt, den Run zu lernen. Ein paar Beispiele. Stattdessen haben wir Momon gesehen, glaube ich war das, der halt ein bisschen geredet hat, während quasi im Hintergrund das Intro von Sonic Mania lief. Also der Run, den er halt gelernt hat. Ähm. Und dann auf einmal wurde umgeblendet zu Super Castlevania 4. Also, keine Ahnung, was da geschehen war. wir haben da auch nicht so entsprechende Kommunikation, wir haben da auch nicht so viel, wir haben da auch nicht so entsprechende Infos gekriegt. Es wurde halt gesagt, ja, ein bisschen Intro-Gelaber, aber nicht, dass das halt so kurz gehalten wurde. Es lief, glaube ich, nur ein bis zweieinhalb Minuten lang. Das war merkwürdig. Es war, ja, ich fand die Idee, eine 12-Stunden-Challenge innerhalb des Events zu veranstalten, fand ich durchaus gut und auch durchaus innovativ und interessant. Aber im Prinzip wurde die meiste Zeit, man sah Momong von hinten, er wurde ab und zu interviewt und man hat halt gesehen, ja, er spielt das Spiel. Das fand ich ein bisschen wenig, nicht. Okay, ebenso wurden auch In-Game-Szenen eingeblendet, aber wie soll ich es am besten formulieren? Ich hatte nicht den Eindruck, ich hatte nicht den Eindruck, dass er nein, ähm Was mir gefehlt hat, war so ein bisschen der Hinweis darauf, okay, das ist wirklich die 12-Stunden-Challenge, das halt irgendwie ein Timer oder so ablief. Ja, ich glaube, dass das war es, was mich auch irritiert hat. Es wurde halt immer wieder halt ungeblendet, entweder soll man Momong von hinten oder man soll In-Game-Szenen, man wurde ja auch interviewt oder so, aber es war ein wenig konfus, es war ein bisschen sehr konfus. Ja, das darf es am besten. Okay, ähm trotzdem, das Event ging natürlich weiter und es gab noch ein paar schöne Commentaries. I Wanna Kill The Camilla 3 zum Beispiel, wo BBF ein auch meiner Meinung nach sehr gutes Commentary abgeliefert hat. Ähm wo BBF wirklich die Teilinfos rausgehauen hat, dass er ihm die Ohren geschlackert haben. Auch da gab es ein bisschen Konfusion, weil halt irgendwann auf einmal ja, der Runner hatte aufgehört zu Run. Es wurde nochmal umgeblendet und wir wussten ein paar Minuten lang nicht, was halt los war. Ehe wir dann vom BLR selber die Info gekriegt haben, okay, äh, um halt ein Rip Estimate zu vermeiden, bereitet der Runner halt alles vor für den Boss Rush. Was auch in Ordnung war. ja, und dann wieder die Nacht, ähm, Pingu, ja, das, das war auch ein wunderschöres Commentary mit Quaker, Weser und Private. Die Pinguin Gemeinschaft unter sich quasi. Wings Club hat Silo gemeinsam mit Andy Panther wirklich das Ding gerockt. Und bei Mickey Mania im Nachhinein ist mir da ein bisschen aufgegangen, ich sollte vielleicht ein bisschen an meinen Wortschatz feilen, weil ich hab da glaube ich ein bisschen zu oft das Wort fantastisch benutzt. Was aber angesichts dieser Grafikpracht, die halt bei Mickey Mania war, vielleicht auch ein bisschen angebracht war. Ich fand's schön, dass Weser mich da ein bisschen begleitet hat, weil, ja, wir haben uns da prima ergänzt. Allerdings war wieder so ein Fall von wegen, ja, unglücklich. Hauptkommentator war nicht da, es wurde die Megadrive-Version gerannt. Wir alle kannten hauptsächlich die Essnis-Variante. Im Schaller. Ist einfach so. Und ja, Pokémon State, Pokémon Platinum, da hat man einfach gemerkt, okay, die Luft ist endgültig raus. Chak Chak, da war einfach das Problem, dass Chak Chak die Nacht vorher nicht so gut geschlafen hat. Und das hat man einfach auch gemerkt. er hat ja zuvor gemeinsam mit Weser Trackmania 2 Stadium kommentiert. Und ja, er war einfach durch. Und das hat man auch gemerkt. Der Run hat sich einfach gezogen, gezogen, gezogen. und dementsprechend war auch das Commentary nicht ganz so gut. Ist einfach so. Chak Chak hat sich zuvor eigentlich gut bewiesen. Er hat zuvor ich meine, ich habe ihn ja schon bei Quake loomt erwähnt. Insofern Pokémon Platinum war unglücklich, aber ist einfach Pech. Ich glaube, das nächste Mal werden wir einfach versuchen, da jemanden an Land zu ziehen, der vielleicht ein bisschen ausgeruhter ist. Mal sehen. Mal sehen. Ansonsten, ja, das Event war so ein bisschen Also wir haben, wir sind gerade dabei in der Feedbackliste an die Franzosen aufzubauen und wir haben da doch einiges, was wir zu bemängeln haben. Also zum Beispiel das Layout, wo eigentlich viel zu viel drauf war. Es war ein bisschen unübersichtlich, es war ja zu chaotisch. Vor allen Dingen immer wieder haben wir uns gefragt, wo ist der Timer? Wo ist der Timer? Ach Gott, da ist der Timer. Dieser mickrige, wie groß ist der? Zwei Pixel? Drei Pixel? Große Timer? War nichts. Auch der Spendentracker fand ich persönlich ein bisschen arg kompliziert und komplex. Dann gab es noch ein paar Soundprobleme und hier und da. Also, ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr sich an ansammeln. Ich werde dann am Mittwoch das denen zuschicken und da bin ich einfach mal gespannt. Überwiegend ist das jetzt hauptsächlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, Meckern auf hohem Niveau. Überwiegend sind wir halt mit BLR zufrieden. Es war ein schönes Event, wir werden es auch vielleicht nächstes Jahr wieder restreamen. Vielleicht. Ich gebe jetzt keine Garantie dafür. und ja, mal gucken, schauen, ob die wieder mit der Kritik umgehen. Okay, nächstes Thema. HDQ 2018. Ich zeige euch jetzt mal hier einfach, wie momentan der Planungsstand ist. Also, rot bedeutet, wir haben da noch keinen Hauptkommentator. Geld bedeutet, es fehlt noch ein Nebenkommentator. Also, da wird noch einiges tun. Wir haben momentan eine Abdeckung von 54,53%. ist schon soweit in Ordnung. Ich denke, da wird sich noch ein bisschen was tun. Also, Tay-Tay erfährt diese Woche, wie es da jetzt mit ihm aussieht zeitmäßig. Aber trotzdem, falls da draußen irgendjemand ist, der zum Beispiel Batman The Video Game any percent, Batman Arkham Asylum any percent, Prinny 2, Dawn of Operation Panties dukt, Hell's Finest Kategorie kennt, oder El Matador any percent. oder Metroid All Bosses Warpless oder Mario & Luigi Superstar Sage any percent. Falls es da draußen irgendjemanden gibt, der diese Runs so ein bisschen kommentartechnisch kennt, wäre schön, wenn der oder diejenige sich dann bei mir melden würde. Meine, klar, zur Not. Es sind jetzt keine Mega-Runs. Okay, Mario & Luigi Superstar Saga Any Percent mit einer Stunde 35. Da sollten wir schon versuchen, jemanden zu finden, der das kommentieren kann. Aber ansonsten 30 Minuten, 25 Minuten, 50 Minuten, okay, Arkham Asylum ist auch schon ein bisschen länger. Also, der ganzen kurzen Runs, da kann man zur Not dann auch Trash-Talk machen. Würde ich ein bisschen ungerne machen, weil ich meine, ähm, wir, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Ich würde es ungerne machen, aus dem einfachen Grunde, weil wir bislang es immer geschafft haben, die DDQs zu 100% zu füllen, aber andererseits, ja, was nicht ist, ist nicht. Und ich meine, wenn wir schon fast 95% des Gesamt-Events abgedeckt haben, dann ist das eigentlich schon, meiner Meinung nach, eine ordentliche Leistung. Aber okay, bis DDQ ist noch ein bisschen was hin. Es kann auch sein, dass sich das Schedule ändert. Ich hoffe nicht. Ich muss mal heute danach gucken. Und ja, mal schauen, gucken, tun. Und damit wollte ich zum Programmhinweis kommen. Wir werden diesen Sonntag, ich denke so ab 18 Uhr oder so, ich weiß es noch nicht, da muss ich mal Weser fragen. Wir werden diesen Sonntag wieder den Järes Abschluss-Talk machen. Das ist eine schöne Tradition bei Germansch. Und zwar, ähm, ja, lädt Weser ein, diverse Gäste. Und dann wird einfach mal das Jahr Revue passieren lassen. Es war die letzten Male immer ein, ein mega amüsantes Event. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war einfach, die Stimmung war einfach grandios. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wer dieses Jahr mit dabei sein wird. Also ich auf jeden Fall. Weser, vielleicht auch New. Und er wird interessant werden. Also auf jeden Fall, ihr könnt euch darüber freuen. Ende offen. Ich meine, das letzte Male haben wir immer nach vier Stunden einen Cut gemacht, obwohl da noch so viel zu bereden war. Mal schauen. Und dann noch ein kurzer Ausblick auf das Jahr 2018. Was erwartet euch da? Fixed sind jetzt bislang nur folgende Sachen. Die GDQs, also AGQ und SGQ. ESA. Wir werden ESA Winter nicht restreamen. Das haben wir jetzt beschlossen. Ähm, werden auf der Dokomi präsent sein. Und natürlich das ZFM. AGQ, SGQ, ESA, ZFM, Dokomi. Und alles weitere wird sich dann einfach zeigen. Ob wir dann noch was anderes restreamen, was wir dann restreamen, ob wir dann noch irgendwo anders präsent werden. Ob es wieder ein Fun-Event geben wird, ob es wieder ein On-Side-Treffen geben wird von den German-Spiel-Dietern. Ich weiß es nicht. Man wird es sehen. Man wird es sehen. Und ich hoffe, ihr seht es auch. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit komme ich zum Abschluss mit einer Ankündigung. Dies ist der letzte German-Schlok. Der letzte German-Schlok von diesem Jahr. Jedenfalls von meiner Seite aus. Ich weiß noch nicht, ob irgendjemand anderes noch was palavern wird. Ob Tiger oder Weser oder wer auch immer noch mal was sagen wird. Ich für meinen Teil meine, es gibt dieses Jahr nichts mehr, worüber ich euch berichten kann. Kann sein, dass ich noch mal vor Beginn von AGQ einen neuen Vlog aufnehme. Vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall. ich möchte mich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Dass ihr mir Feedback gegeben habt. Ich wünsche euch in dem Sinne, weil wir uns ja nicht mehr sehen, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Man sieht sich. 2018 feiert schön. Und ja, bis nächstes Jahr. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid großartig. Und zum letzten Mal Toodles und Totzins. Ciao. Bis nächstes Jahr. Bis 2018. Bis 2018. Bis 2018. Bis 2018. Bis 2018. Bis 2018. Bis 2018.